Wie findet man ein gutes Modell für variable Bezahlung und Incentives? In den meisten Vertriebsorganisationen ist es üblich, die Verkäufer variabel zu bezahlen. Das heißt, deren Gehalt setzt sich zusammen aus einem Fixanteil und einem variablen Anteil oder einer Provision oder vielleicht irgendwelchen Incentives. Und diese Verfahrensweise hat sich durchgesetzt, weil Vertrieb früher freie Handelsvertreter waren. Und dort war es absolut üblich, diese freien Unternehmer variabel zu bezahlen, nämlich immer nur dann, wenn sie tatsächlich was umgesetzt haben. Und später, als man Verkäufer eingestellt hat, also angestellte Verkäufer hatte, kam es dann dazu, dass Menschen auf die Idee kamen, dieses alte Prinzip einfach rüber zu retten. Wenn man heute mit variablen Gehältern im Vertrieb arbeitet, wird man sich wahrscheinlich einen großen Nachteil einfangen. Und was man stattdessen genau machen sollte, das erkläre ich dir gleich. Wie findet man ein gutes Modell für variable Bezahlung und Incentives? Das ist eine Frage, die gleichermaßen Verkäufer, die so bezahlt werden, interessiert, aber natürlich auch die Führungskräfte. Gemeinhin wird ja gedacht, dass man durch variable Bezahlung so etwas wie Motivation erzeugen kann. Aber das ist meiner Meinung nach ein Irrtum. Motivation ist nämlich kein Zustand, den man herbeiführen kann, sondern ein Prozess. Und das bedeutet, dass man nicht heute mal motiviert ist und morgen nicht so, wie man heute krank ist und morgen nicht oder heute gesund und morgen nicht, sondern es ist ein Prozess, es ist kein Zustand. Und dieser Prozess bedeutet, dass man Kraft einsetzt, um individuell geprägte Bedürfnisse zu einem Ziel hin zu entwickeln. Jeder ist motiviert, jeder hat Motivation, die Frage ist nur für was. Und wenn man jetzt den Gedanken mal weiterführt und sich überlegt, naja gut, aber was ist denn schon schädlich an solchen Bezahlsystemen sowie Incentives oder variabler Bezahlung? Ich kenne vor allem vier Gründe, die dagegen sprechen und die möchte ich mal kurz erläutern. Zum einen, jedes Zielgespräch wird automatisch zur Gehaltsverhandlung. Warum? Naja, also wenn ein Gehalt abhängig ist von einer Zielerreichung in Prozent bezogen auf ein Ziel, dann ist natürlich gleichzeitig klar, dass es für den Mitarbeiter gut wäre, wenn dieses Ziel möglichst gering liegt und einfach zu erreichen ist. Während es natürlich für das Unternehmen besser ist, wenn das Ziel hoch ist und schwierig zu erreichen, weil dann weniger bezahlt werden müsste. Aber wenn man sich das jetzt mal genau anschaut, eigentlich will man ja in so einem Zielgespräch wirklich die Machbarkeit von Dingen ausloten. Man will wissen, was ist möglich, was können wir tatsächlich schaffen. Wenn man aber die Zielerreichung an ein Gehalt koppelt und umgekehrt, die Höhe der Vergütung gekoppelt ist an einen Zielerreichungsgrad, dann zerstört man diese wichtige Eigenschaft eines Zielgesprächs und sorgt dafür, dass jeder Versuch über die Zukunft zu sprechen automatisch zur Gehaltsverhandlung wird, die natürlich kontrovers geführt wird. Der zweite Grund ist, je mehr ein Gehaltssystem das Denken und Arbeiten der Mitarbeiter steuert, je mehr werden Mitarbeiter zu Gehaltsoptimierern. Das heißt, sie orientieren sich nur noch an den Parametern, die ihr Gehalt verbessern oder verschlechtern und werden deswegen den gesunden Menschenverstand verlieren. Wenn sie bezahlt werden nach irgendeiner Kennzahl wie zum Beispiel Rohertrag, dann werden sie versuchen, den Rohertrag zu maximieren. Komme, was wolle. Auch wenn vielleicht andere Dinge sinnvoll sind, wie zum Beispiel neue Produkte in den Markt tragen oder irgendwelche anderen Vertriebsaufgaben, die hochrelevant sind, wie die Neukundenquote erhöhen. Mitarbeiter werden dann automatisch zu Optimierer ihre eigenen Gehälter und sind nicht mehr in der Lage, dem gesunden Menschenverstand zu folgen, sondern versuchen, einfach ihre Auszahlung zu optimieren. Und der dritte Grund ist, wenn man in mittleren und größeren Unternehmen solche Gehaltsvereinbarungen trifft, dann sind die ja meistens für ein Jahr und wir wissen, dass wir in Zeiten leben, in denen ein Jahr schon ein ziemlich langer Zeitraum ist und dass man wahrscheinlich kurzfristiger Dinge ändern muss, wenn am Markt Dinge passieren. Und daher plädiere ich dafür, das nicht zu tun, weil Unternehmen, die einjährig denken und ihre Ziele einjährig ausloben, natürlich auch relativ unflexibel sind und nicht mehr wirklich agil auf Dinge reagieren können, die da heute draußen im Markt passieren. Und der vierte Grund ist, dass der einsame Verkäufer, der irgendwo draußen herumtobt, losgelöst von der Zentrale und sich jeden Tag neu motivieren muss, der hat ausgedient. Inzwischen sind Vertriebserfolge, Gemeinschaftserfolge, es gibt viele Gebietsüberlappungen, vielleicht weil ein Unternehmen ja heute mit einem Kunden zusammenarbeitet, der überregional arbeitet, vielleicht weil an der Leistung des Erfolges oder das Ergebnis des Erfolges dadurch zustande kommt, dass mehrere Mitarbeiter zusammenarbeiten müssen und man so einem einzigen Mitarbeiter einen Erfolg gar nicht mehr zuordnen kann. Also das sind die vier Gründe dagegen. Und wie kann man meiner Meinung nach eine gute Methodik finden, um vernünftig zu bezahlen? Ich sage, das geht in drei Schritten. Gehälter festlegen, Sonderleistungen ehren und Gewinn verteilen. Was meine ich damit? Also zunächst mal nach dem Prinzip Bezahlen nach Leistung und Fördern nach Potenzial die Gehälter festlegen. Also sehr gute Mitarbeiter auch sehr gut bezahlen, vielleicht noch persönliche Situationen berücksichtigen. Beispiel war ein 40-jähriger Familienvater mit zwei Kindern, hat sicherlich einen anderen Einkommensbedarf als ein 25-jähriger Berufsanfänger und vielleicht auch als ein 55-Jähriger, der sich alle Dinge, die er im Leben erreichen will, möglicherweise schon finanziert hat. Also die persönliche Situation berücksichtigen und Gehalt ist natürlich auch durch den Arbeitsmarkt bestimmt. Wenn wir die besten Mitarbeiter haben wollen, dann müssen wir zwangsläufig auch besser als der Durchschnitt bezahlen. Das liegt auf der Hand. Also erstens Gehälter festlegen, man wird feststellen, dass die meisten Mitarbeiter, wenn man es mal retroperspektivisch betrachtet und vielleicht bisher eine Gehaltssystematik hatte, wird man feststellen, dass die meisten Mitarbeiter in einem sehr engen Bereich der Gehaltssummen liegen und zwar deswegen, weil es sich einfach statistisch immer wieder mittelt. Zweite Idee, Sonderleistungen ehren. Aber nur dann, wenn es wirklich außergewöhnliche Sonderleistungen waren. Eine gute Leistung, auch eine sehr gute Leistung, muss nicht unbedingt zusätzlich geehrt werden. Und nicht vorher ankündigen, also kein Incentive ausloben im Sinne von wenn, dann, sondern im Nachhinein eine besondere Spitzenleistung, die sich sozusagen fast schon aufdrängt, nochmal belohnen. Und das Ganze bitte ohne Regelmäßigkeit und im Nachhinein, also nicht vorher. Und die dritte Idee wäre, sozusagen als Methode zu sagen, wir wollen die Menschen, die bei uns arbeiten, am Unternehmensgewinn beteiligen. Und man definiert dann, welcher Anteil des Unternehmensgewinns verteilt werden soll, vielleicht ein Drittel oder 20 Prozent oder vielleicht auch 40 Prozent. Und man jetzt überlegt, wie kann man das aufteilen? Das könnte man aufteilen, einfach nur nach Nase, also einfach diesen Gesamtsumme teilen durch Anzahl der Leute. Vielleicht wird man noch ein paar Faktoren festlegen wollen. Vielleicht wird eine Teilzeitkraft weniger als eins zählen. Vielleicht wird jemand, der schon sehr lange beim Unternehmen ist, auch etwas mehr bekommen als jemand, der vielleicht etwas weniger beim Unternehmen ist. Also da gibt es vielleicht verschiedene Ideen, wie man Faktoren festlegen könnte, um diesen grundsätzlichen Anteil nochmal zu verändern. Und das Grundprinzip dahinter ist, das Bärenfell wird erst nach der Jagd aufgeteilt. Jeder hat Interesse daran, dass der Bär gejagt wird, dass der Bär sozusagen erlegt wird. Jeder hat großes Interesse daran, dass es ein besonders attraktives Bärenfell ist. Also alle werden sich möglicherweise daran orientieren, mit Hirn und mit Verstand und mit Herz den Unternehmensgewinn zu erhöhen. Und dann wird das Bärenfell aufgeteilt. Und das ist ein Grundprinzip, nach dem ich heute am besten ein variables Bezahlungssystem festlegen würde. Das ist meine Antwort auf die Frage, wie man variabel bezahlen soll und Incentives ausloben. Aber das ist natürlich nur eine Antwort. Es gibt viele Fragen. Die meisten davon findet man auf stefananich.com slash Fragen. Zumindest die Fragen, die den professionellen Verkauf bedeuten. Und vielleicht wollen Sie mal auf die Seite schauen und finden da die Antworten, die Sie suchen. Und wenn Sie sie nicht finden, weil vielleicht Ihre Frage noch gar nicht gestellt wurde, da können Sie auch Ihre Frage nochmal extra stellen. Und ich verspreche, dass wir in einer der folgenden Ausgaben dieser Serie Ihre Frage beantworten werden. Wir hören uns wieder und bis dahin gute Geschäfte.